So Leute, willkommen zum letzten Video dieser kleinen Preview-Reihe zu Super Smash Bros. für den Nintendo 3DS. Ohne Umschweife fangen wir gleich an. Ich habe den Marcel eingeladen. Yeah, hi Leute! Man, das Coolste kommt echt immer zum Schluss, wa? Oh ja, das Coolste kommt zum Schluss. Warum ich den Marcel eingeladen habe? Ja, wir haben noch ein Best of Three gemacht. Drei Kämpfe. Also, wer zwei von drei Mal gewinnt, hat quasi gewonnen. Einmal bei ihm und einmal bei mir. Das ist jetzt quasi meine Aufnahme, Marcel. Ja. Oh yeah. Ich habe mich schön für den Zuckerwatte-Donkey entschieden, weil der ist einfach nur hübsch. Und ich nehme den pinken Roy Cooper Bowser, so halb jedenfalls, was den Panzer angeht. Ist ja schon fast wie so eine kleine Revanche von der Gamescom, ne? Ja, ja, und Donkey gegen Bowser. Nur auf der 3DS-Version. Aber so ganz ehrlich, man hat sich doch gleich wie zu Hause gefühlt, oder? Ja, aber richtig krass. Also ich meine, das ist ja das letzte Video, ihr habt es ja von mir jetzt schon oft genug gehört, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, einfach wieder, also ich weiß nicht, ich habe nach so zwei, drei Matches gar nicht mehr gemerkt, dass ich auf dem 3DS-Spiel, ehrlich gesagt. Ja. Aber ich finde es ja auch so geil, so wunderschön, ey. Und Donkey Kong hat ja noch die geilen gleichen Moves und natürlich ein paar Abänderungen, so, aber bam. Die 60 FPS, und das musste natürlich das Donkey Kong Bowser Battle sein. Ihr wisst gar nicht, wie oft wir dieses Battle privat schon hatten, auch bei Brawl. Ja, die beiden decken Giganten. Und gerade sieht es gut für mich aus, du hast mir schon ziemlich viel Schaden gefressen. Ja, aber die sind ja beide so ewig klumpig. Ja. Und Donkey Kong's Roll, ein Angriff, ey, der ist so richtig geil. Wo, zwei weggeworfen. Ja, der Shotag. Die hat aber auch Power in seinen Würfen, der Affe, wie immer. Und den steckenden Fuß. Die Feine lässt ihn nicht so hübsch aus. Äh, guck mal, gleich viel Schaden, ey. Wir sind einfach, ja, was soll man sagen? Ja, wir beide, ey, voll übel. Das ist halt einfach, das war, du weißt einfach, wie du Prio hast. Obwohl, ich wollte mich festhalten, aber ich konnte einfach nicht. Und jetzt bin ich schon raus. So viel zum Thema sieht gut für mich aus. Ja. Schon gedreht wieder. Äh, man hat's übrigens eben gesehen. Du weißt, was ich richtig cool finde? Was ist das? Dass Bowser das immer noch kann. Mit dem, boah, der Dropkick, der ist so cool. Äh, dass Bowser immer noch sich mit der Stampfattacke an der Kante festhalten kann, wie in Brawl. Ah ja, Rotabee und so. Hast du ja öfter mal gemacht, deine olden Taktik da. Ja, hab ich gleich mal getestet. Und das funktioniert noch, das ist richtig gut einfach. Wum, da wirft er mich einfach wieder weg. Und das ist auch neu. Das ist diese, ähm, die Attacke, die hält dich ja jetzt richtig gefangen. Ist das hoch A oder hoch B gewesen? Ja, das war hoch B gerade eben. Ach, echt? Ja, aber krass. Und, ja, warte. Ey, ich greife einfach zu oft, ich weiß. Aber das ist meine Taktik. Ich hab tatsächlich erstaunlich wenig geriffen hier. Was nicht gut ist. Ich muss mehr greifen, Mann. Boah! Scheiße! Zack! Aber mitten im Flug drin vor allem, weißt du? Es hat so'n Spaß gemacht. Genau da, zack und Dreck wieder an der Kante und alles safe. Du musst mir einfach nochmal erklären, warum das so gut sein soll. Weil der Kinder nicht mit rechnet oder was. Und wir die stinke Maucke in die Fresse herhauen. Weil du einfach schnell an die Kante kommst. In den meisten Fällen sicher. Du musst natürlich genau time. Na, wenn du daneben springst, dann hast du Pech. Und ich dampf schon, weil ich über 100% habe. Oh, da wurde ich meine Fist in dein Gesicht begraben, aber hat nicht geklappt. Nach deinem feiner Prior. Ganz knapp. Oh, von der die eine Hand voll im Maul stecken bleibt, der Bowser. Zack, und jetzt wirft er mich einfach wieder weg. Und da wird's. Aber ich lebe noch, ne? Ja. Aber der kriegt diesen Punch einfach nicht hin. Oh! Und tschüss. Genau deswegen kann das so cool sein. Na, freut er sich als peinlich. Das Bowser-Feuer wurde ja auch ein bisschen verändert. Da kann man jetzt leichter rauskommen, aber weißt du, das ist in Ordnung. Das Bowser ist so viel besser geworden. Ja. Da kann er auch ruhig mal genervt werden an einer anderen Stelle. What? Alter. Du hast schon 200, über 200% wieder. Jetzt hol doch mal ab. Ich möchte aber nicht. Na, warte, jetzt fahrpaziert. Oh, tschüss. Mit einem Wurf natürlich. Das musste ja der Finalschlag sein für dieses Leben. Ja gut, ne? Ein Leben noch. Das geht sich aber echt um alles. Ja. Wie wir mal ausüglichen catchen, ey. Da wird noch viel besser, ey, wenn wir erstmal richtig privat zocken können alle. Ich weiß nicht, ob wir noch mal darauf hin, das war einer unserer ersten Spiele mit diesem System hier. Ja, genau. Also ohne Items auch richtig alles ausgestellt, so wie man es hier wohnt ist und so. Das erste Mal. Das war tatsächlich nicht. Eigentlich war das hier sogar unser allererster Kampf. Eins gegen eins ohne Items. Auf einer neutralen Stage. Glaube ich. Ja doch, auf jeden Fall. Klar. So. So, Sumi, ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich ruhig werden müssen oder so. Nein, einfach weiter quatschen hier. Das ist ausgeglichen ohne Ende. Guck dir das an. Genau 101 hier da. Oh mein Gott, und. TRIP! BÄH! Oh nein! Ja, das war so geil! Wie? Gibt es ein episch eures Ende eigentlich für einen ersten Kampf auf einer neutralen Stage? Mal ganz ehrlich, Marcel. Epischen Sieg für mich? Das war so geil. Ich weiß nur genau, wie wir da gesessen haben bei unseren Aufnahmedingern und so. Und dann haben wir uns wieder gleich angelacht und voll gefreut und bohr auf his team und so. Der Ingo hat ja auch mit zugeguckt. Der war ja auch richtig begeistert dann. Ja, der hat sich so gefreut, wie wir uns gefreut haben. Ja. So, zweitens möchte ich nehmen mal Dara-Ehen. Robin, Entschuldigung, Leute. Der deutsche Name ist Robin und ich werde ihn, sie auch Robin nennen. Hast du mal nochmal nachgeguckt bei Fire Emblem Wrecking? Der heißt Robin bei uns. Ja, der heißt Robin. Warum Dara-Ehen? Warum Dara-Ehen, Mann? Das ist eigentlich der italienische, spanische und französische Name. Aber gut, hey, wir wissen es deswegen. Und du nimmst Schulk. Also wir sehen jetzt hier Newcomer Battle. Ich meine, gut, ihr habt gesehen, ich habe ja mit Robin schon den All-Star-Modus durchgemacht. Und Schulk war in einer der Free Falls. Da war ja aber weiter auf einer neutralen Stage. Runde 2 in diesem Best of 3. Schulk ist auch geil. Ich muss sagen, ich habe ja Schulk gespielt. Ein paar Mal, zweimal, glaube ich. Ich finde den echt kompliziert. Also ich habe nicht, also wie ihr schon sagtest, das erste Mal so richtig in einer der ersten Aufnahmen hier. Und so, ich kam mir dann später erst dran. Und da war Schulk, der hat Entwicklungspotenzial. Der ist geil, der hat eine Lernkurve. Aber wenn man die hat, dann ist der ja richtig geil. Gleichermaßen kann ich aber sagen, ja, Robin ist tatsächlich, hat mir mit am meisten Spaß gemacht. Das macht so einen Bock mit den ganzen Büchern und dem Leaven Sword. Oh! A vision! I really feeling it. I really feeling it. I'm really feeling it! Das ist mir gerade aufgefallen, als ich, ich habe die Videos ja mir Milliarden Mal geguckt. Du hast ja gerade die Rettungsattacke gemacht. Das ist ja eine Doppelkombo. Ja, also wenn ich nochmal drücke, dann macht er nochmal einen Angriff. Genau, du gerade hast zum Beispiel nur einen Schlag gemacht. Genau. Das habe ich erst gemerkt, als ich mir die Videos ein paar Mal angesehen habe, weil irgendwas war, irgendwas war da faul. Jetzt pumpst du schon mal die euren Skillfähigkeit, das blieb total langsam, aber er fliegt nicht mehr so schnell weg. Schildmodus. Ich bin echt mal gespannt, was am meisten genutzt wird. Ich glaube, er hat tatsächlich einfach die Haut-drauf-Sache. Also hier das rote Smash-Power. Gegner fliegt leichter raus, aber man fliegt auch selber leichter. Ja, wie die schreit. Mein Schwert ist mir wieder, der ist schon kaputt gegangen wieder. Ey, guck mal, wie gut es für mich aussieht, Alter. Drei Leben noch, du hast schon über 100 Damage. Ich brauche auch noch drei Leben. Was mache ich denn da? Ja, habt ihr da? Boah, aber... Übrigens, ich muss mal kurz eine Sache unbedingt ganz fett loben. Sie haben Final Destination gefixt. Ach, Mann. Man kann da nicht mehr an dieser Kante hängenbleiben. Echt, ja, der geht jetzt wieder... Nein, nein, ist ja... Naja, ist ja klar, Mann. Die haben mit dem Spiel großes Vor, glaube ich. Ja, das merkt man aber auch. Also ich, wie gesagt, ich habe es in dem Preview-Teil schon so. Ja, Gott, da bist du weg. Das macht so einen Spaß. Ja, ich sage es nicht mit dem Hoch-B, aber ich voll unterschätzt. Ich habe überhaupt nicht, weil der Mann es noch nicht so kennt. Wenn du Hoch-B machst, dass du nach unten angreifst. Ja. Dann haben wir ja da, du blick immer drin gelaufen. Immer wieder, weil ich nicht damit rechnete von wegen. Hä, was soll er jetzt machen? Okay, da fügt man mich rüber, aber du greifst ja an. Jedes war einfach so kurz. Sag dann doch mal. Ja, weißt du, weil man überhaupt nicht damit rechnet. Das ist alles noch neu. Ja, das ist das Interessante. Wir spielen quasi gerade einer unserer ersten Matches im Solo-Run mit neun Charakteren. Und kannst du mal sterben? Weißt du, was mich ein bisschen ärgert? Was denn? Ich habe hier total vergessen, dass ich hier noch diese Runter-B-Attacke habe. Ich habe ja noch Unasperator. Das heißt, ich hätte mich die ganze Zeit heilen können eigentlich. Wenn du mich erwischt hättest. Ja, Backslash! Boah! Wieder so ein Doppel-K.O. Also K.O. nicht, aber so ein Doppelschlag. Ey, wie du noch drei Leben hast. Ja, das reicht jetzt aber. Jetzt musst du echt aufholen. Efficient! Nein, keine Fischen. Schade. I see it! Oh, das ist so cool. Nochmal richtig gegeben. Dieses Donner-Schwert ist aber so extrem stark. Von der Kante. Mir gefallen aber auch die Sound-Effekte sehr bei dem Spiel. Richtig brutal. Ja. Da kommt wirklich ein gutes Feeling auf. Also, I feeling it, ne? Also, weißt schon. I'm really feeling it! Also, was meinst du? Soll ich eigentlich mich unbedingt umbreden? Looks like Shulk, oder? Nee. Ja, irgendwie, ne? Aktuell dann ist es so... Boah, da hat er seine Vision gekriegt. Deine aktuelle Frisur sieht echt mehr nach Shulk aus. Was meint ihr, Leute? Looks like Shulk incoming. Ah, dann ist das Logo nicht mehr so geil. So, was mach ich denn da? Wacht doch mal jetzt hin hier. Oh! Aber, Leute, muss ich sagen, das muss man erst lernen. Ich dachte, mit seitlich B kann er sich eventuell auch retten. Hältst du die an Kanten fest? Macht er eindeutig nicht. Gut, merke ich mir für die Zukunft. Schachmatt sag ich dazu nur, wie Robin gerade schon meinte. Checkmate. Okay, alles entscheidende Battle also, ne? 1-1. Best of 3, jetzt kommt der letzte Kampf. Und ich nehme wieder einen neuen Charakter. Und ich bleib einfach nur lame. Ich nehm Glurak, weil der spielt sich auch richtig cool. Ohne Shiggy und Wieser Knoss. Zwar aber, dafür hat er andere Qualitäten dazubekommen. Der hat sich auch verändert, total. Ich hab ihn ja auch in meinem Smash Run einmal gehabt. Man hat's ein bisschen gesehen in der Endaufnahme von meinem Smash Run Video. Da gab's dann auch ein paar Missklicks. Weil seitlich jetzt runter B ist. Ja, man hat's auch gesehen bei dem Free4All Video von gestern. Wo Glurak erstmal sich schön fast ins Auskatapultiert hatte, ganz am Anfang. Vielleicht erinnerst du dich an das Match noch. Das war, als ich Pac-Man war auf der Tomodachi-Stage. Und du hast mal... Wow, aber Glurak, ey, ist geil. Die sind alle so schön animiert. Ey, die bewegen sich alle so cool. Oh Mann, oh Gott, oh yeah! Diese Stabattacken, das sind ja die Tilts von Palutena. Die sind ziemlich langsam, aber hauen gut rein. Aber es ist mir aufgefallen, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Weil du es gerade ansprichst, hauen gut rein. Ich hab mir die Aufnahme auch schon geschickt, damit wir schön kommentieren können. Auch schon mehrmals angeguckt, aber irgendwie... Also Palentena, du triffst zwar oft, aber nicht durchschlagend. Also, du machst es nicht viel, schade. Guck mal, lass mir jetzt schon voll aufgetroffen. 42. Du bist so oft getroffen? Ja, ich weiß nicht, ich mach immer so... Die richtig harten Attacken, die treffen, weil... Also, ihre Smash-Attacken boxen schon ziemlich rein, finde ich jetzt. Da immer noch 58, so... 65, also da irgendwie... Oder kam vielleicht bloß so vor. Ist so richtig? Jetzt kommt die beste Attacke von dir. Boah! Alter, mach dir vorhin auf Lukas. Die Reichweite aber auch. Richtig übel. Palentena ist übrigens, würde ich... Also, von allen neuen Charakteren, die ich getestet habe, am meisten Spaß machen wir da, glaube ich... Ja, Robin, Pack Battle, Palentena. Apropos... Äh, apropos... Äh, was du auch raus... Apropos, weil ich gerade gesehen habe, dass Bowser... Ach, Bowser Mann, Lukas seinen Stein, Satumra-Angriff gemacht hat. Da musstest du auch erstmal lernen, dass du jetzt... Das ist übrigens total schlecht gerade. Dass du tot bist. Ich drücke manchmal als Reflex immer noch links auf Y. Weil ich es halt so vom Game-Controller gewohnt bin. Deswegen, ähm... Ja, man muss sich erstmal realisieren. Ach, unten, unten und dann war es zu spät. Was ich sagen wollte, ähm, dieser Zertrümmerer ist ja jetzt so ein Megaprio, ne? Wenn ich den Angriff mache, wenn du auch den Angriff macht, dann kannst du mich treffen, aber das macht mir nichts. Boah, der Flammenblitz gerade. Ja, du hast dann eine Super-Armor drauf. Einfach Super-Armor, so nennt man das, genau. Little Mercatea ja auch einige von, oder Bowser hat auch, glaube ich, ein paar. No. T-t-t-t-tum. Ja, voll mit dem Schieß. Okay, ey. Wow, voll geil. Die ist so cool, die Attacke einfach so, bäm, und da war die es mehr schon. Das fliegt schon ordentlich, aber Glurock, das denke ich mal, das denke ich mal, Glurock wird ja wohl ein Schwergewicht sein. Ja. Wobei ich glaube, Palutena ist auch nicht gerade ein Fliegengewicht von der Gewichtsklasse. Hm, war noch so groß. Aber Rosalina ist voll riesig. Oh ja. Ah, Rosalina hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, stimmt. War ja auch auf der Liste. Und dann war ja, war weggeworfen. Komm schon, Glurak. Nur noch ein bisschen Glurak. Nur noch ein bisschen Glurak? Nee, der braucht ihn nicht mehr. Er hat ihn einfach verlassen, den Pokémon Trainer. Ja, er verliert auch seine Ausdauer nicht mehr, ja, ist krass. Der ist jetzt krasser geworden, deswegen hat er auch gemerkt, weißt du, er ist trainieren gegangen und jetzt braucht er den Trainer nicht mehr. Schön, schön durchgebrochen. Ja, ist das Level 100? Oh, komm schon. Oh. Das ist er, das hat er schon echt reingeknüppelt, die Attacke. Aber komm, richtig cool, das hat auch noch Potenzial, der Warp von Palutena einfach so an die Kante. Autsch, ja. Weggeworfen. Ja, da wollte ich ihn voll verarschen, aber... Mindgames hier, aber so kriegst du nämlich nicht was, ey. Oh, du hast Flammenblitz einfach. Noch mal der Flammenblitz, als wäre es nicht schon genug gewesen, immer wieder drauf. Du kriegst auch selber Schaden davon. Ja, aber wie viel eigentlich, habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Habe ich auch gar nicht gesehen, kann man ja mal einmal zurückspulen. Oh, da hat er wieder seine Superarmor gehabt. Da wird nochmal spannend. Ja, ja, brenn. Ein Leben noch. Haben die eigentlich immer noch unterschiedliche Feuerdinger, Glurak und Bowser? Oder sind die jetzt gleich? Bei Glurak war er immer ein bisschen schwächer, bei Warp und Bowser hatte den richtig fetten Feuersturm. Das habe ich gar nicht genau, da habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Ich gucke aber irgendwie, ob die jetzt gleich, gleich ein Feuer haben. Gleiches Feuer. Aber, aber... Aber bei Glurak kamst du mal schneller raus. Ja, okay. Oh, der hat hier noch eine Konterattacke, ey, ich glaube es auch. Ich muss nicht mal kurz Newton. Wow. Also der Sui, der... Reflect! Oh! Okay Leute, pass auf. Ich habe noch einen Assem. Oh! Der Boxe bin ich schon wieder weg. Das sieht aber auch immer so richtig brutal aus, wenn die Attacke trifft, finde ich. Der reicht heute so krass. Also dieser, dieser Flair-Blitz. Was machst du denn da? Oh nein! Wichtiger Abgang. Nur nochmal spotten am Ende. Ja Marcel, ich würde sagen, diese Runde geht auf mein Konto. Ja, schön 2 zu 1 hast du gewonnen. Mein Glückwunsch. Ich weiß jetzt nicht, ob deine Matches schon kommen, aber du hast auch 5 Videos, sagst du, ne? Ja, meine Matches. Also unser 1 in 1 ist auch das letzte Video. Dann müsste das eigentlich auch heute kommen. Also Leute, dann war es sogar schon der Fall. Guckt bei Luxor, der klingt vorbei. Der hat heute um 14 Uhr. Also von einer halben Stunde. Also ne, wenn dieses Video vorbei ist, vor ein bisschen mehr. Guckt einfach bei ihm vorbei. Und schaut euch unsere anderen Matches an. Da sind auch nochmal Best of 3. Und das waren alle Preview-Videos. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Und ich kann es nochmal sagen, Leute. Das Spiel bockt extrem. Und ich freue mich jetzt schon drauf, die Full-Version zu spielen. Die wird so gesuchtet. Ich werde wahrscheinlich dann für die nächsten 3 Monate nicht mehr ansprechbar sein. Aber es geht dir ja nicht anders, ne? Ja, wir zocken ja zusammen immer. Wir haben immer eine Skype-Comfie offen, die ganze Zeit. 24 Stunden 7. So richtig krass. Ja. Also ihr werdet definitiv noch mehr von uns beiden sehen. Ja. Aber mehr möchte ich dazu jetzt zu diesem Zeitbuch noch nicht verraten. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugesehen habt. Gebt doch gerne auch Feedback, was ihr vor dem Spiel bisher haltet. Und ich kann es nur nochmal sagen, bald ist es soweit, Leute. 2. Oktober. Und ab dem 3. Oktober auch im eShop. Das wird die Verkaufszahlen so steigern. Unfassbar. Zurecht. Aber das war es erstmal für heute. Wir sehen uns dann in irgendeinem anderen Smash-Video in naher Zukunft wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Bis dann, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020